Was geht ab, meine XRP-Freunde da draußen? Es gibt endlich News! Ja, XRP hat die Klage oder das Gerichtsverfahren gegen die SEC erst einmal gewonnen. Trotzdem gibt es ein paar kritische Dinger, die man da vielleicht noch beaugen sollte oder nicht aus dem Blick verlieren sollte. Es soll jetzt kein mega depressives Video hier werden. Es freut mich natürlich auch für alle, die endlich Gewinne durch XRP machen. Lange genug gewartet, endlich ist das Verfahren hinter sich. Und jetzt blicken wir mal auf den Charts und auf die wichtigsten News auf jeden Fall. Bevor wir jedoch starten, lasst dem Video wie immer gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wer es noch nicht gemacht hat und natürlich gerne in die kostenlosen Telegram, Talk und Signalgruppen reinkommen. Wenn ihr Bock habt auf Updates, News und wie ich mit meinen Positionen weiterverfache, kommt da gerne rein. Der Link ist wie immer unten in der Videobeschreibung. Und wenn ihr noch eine Börse sucht, kann ich euch weiterhin meinen Partner BingX empfehlen. Dort kriegt ihr weiterhin 20 und 30 USDT-Trades for free. Ihr müsst euch nur anmelden, 100 USDT einzahlen, das ist einfach so ein kleiner Botschutz, der eingebaut wurde. Und dann kriegt ihr die Trades innerhalb von einer Woche. Also testet die Börse gerne aus, damit unterstützt ihr mich und ihr könnt eine Börse neu testen. Gut, damit würde ich sagen, gehen wir aber direkt rein. Also jeder hat es ja gestern mitbekommen, XRP-Kurs explodiert, Ripple gewinnt Gerichtsverfahren gegen die SEC. Das waren gestern, ja, volluminante News. Der Kurs, wenn wir uns das jetzt gerade mal anschauen, hat keinen Halt mehr gekonnt. Wir sind innerhalb von Stunden von 0,47 USD Richtung in der Spitze 0,93 USD gestiegen. Komplette alle Widerstände rausgenommen, alles mega bullisch. Das Gerichtsverfahren ist durch, jeder hat es mitbekommen, darüber brauchen wir uns jetzt nicht zu unterhalten. Aber vielleicht mal ein bisschen über meine Texte, die ich gestern ein bisschen geschrieben habe. Ich habe gestern, da waren wir glaube ich so bei, boah, jetzt muss ich lügen, 0,65 USD Cent, habe ich in die Telegram-Gruppe geschrieben, Achtung, ich verkaufe XRP, mein Einsatz ist raus. Das heißt, ich habe da meinen Einsatz rausgezogen. Ich hatte keinen Bock mehr, noch irgendwie hier irgendwie was zu gefährden. Und jetzt waren da nur noch 75% der Gewinne drinnen. Alles kein Problem. Dann ist der Kurs jedoch immer weiter gestiegen, weiter gestiegen. Und ich habe mir einfach mal die Box hier oben, da war vorher noch eine Box drin und habe dann im Nachhinein noch gecheckt, okay, da war ja auch noch ein FIP-Level, ein Golden Pocket Level hier oben. Und deswegen habe ich den, ne, warte, jetzt habe ich irgendwas falsch gezogen, war ein bisschen tiefer. Egal. Auf jeden Fall, FIP-Level war da oben noch, das Golden Pocket. Deswegen dann hier oben auch nochmal bei den 0,92. Und das habe ich dann auch in der Telegram-Gruppe announced. Wo haben wir es? Wo haben wir es? Ich glaube, ein bisschen weiter unten. Genau, bei 0,92. XRP-Preis nehme ich nochmal 50% raus. Dann ist auch endlich gut. Korrektur, bei Korrektur wird dann nochmal aufgestockt. Gehen wir gleich nochmal drauf ein. Aber von Invest. Wir haben hier 162% plus gemacht. Und das innerhalb, wenn man jetzt mal die Jahre weglasst, innerhalb von Stunden. Und das war für mich einfach ein Punkt. Und ihr wisst, ich bin da, ich gehe damit ehrlich um. Ich bin ein Typ, der gesagt hat, sobald irgendein Altcoin 100% macht, gehe ich mit meinem Invest raus. Und dann auch weiter Profite nehmen. Und 162%, viele haben mir geschrieben. Auch privat, nicht nur in der Gruppe. Hey Manu, nee, es geht noch höher. Wir sehen 1 Dollar, 2 Dollar, was weiß ich was. Es ist mir völlig egal. Es ist mir wirklich völlig egal, was für XRP-Preise wir in Zukunft sehen. Das Wichtigste war, ich bin mit meinem Invest raus. Ich habe jetzt auch noch Gewinne genommen. Und gut ist, wir haben genug bei 0,35 US-Dollar Cent akkumuliert. Und ihr seht schon, 20.23 Uhr wurde es gepostet. 20.27 Uhr war es dann erreicht. Und der Kurs hat korrigiert. Wir haben dann, zwischenzeitlich waren wir dann wieder so bei 0,72 heute Nacht. Mal ganz kurz, wenn wir uns das mal angucken, hier auf dem 4-Stunden-Timeframe. Und da halten wir uns jetzt derzeit auch ein bisschen auf. Viel Analyse kann ich hier ehrlich gesagt nicht machen. Das Einzige, was ich noch machen kann, und das habe ich gestern auch dann in die Gruppe geschrieben. Da muss man noch ein bisschen aufpassen. Wo haben wir denn den Text? Ich glaube, ein bisschen weiter oben kam das dann. Nur was halt auch in dem Urteil drin stand. Unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Realität und der Gesamtheit der Umstände im Zusammenhang mit den institutionellen Verkäufen kommt das Gericht daher zu dem Schluss, dass die institutionellen Verkäufe von XRP durch Ripple ein unregistriertes Angebot und einen unregistrierten Verkauf von Anlageverträgen darstellen. Was einen Verstoß gegen was weiß ich was darstellt. Es kann hier, ich will jetzt hier echt keine Panik verbreiten, aber es kann immer noch so ein kleines Nachspiel haben. Natürlich ist es absolut bullisch für den Kryptomarkt. Natürlich ist es absolut bullisch auch für XRP. Nur man sollte jetzt auch mal ein bisschen so die Kirche im Dorf lassen, alle mal ein bisschen runter reagieren. Abwarten. Es ist grundsätzlich bullisch. Es gibt immer nur noch so zwei, drei Dinge, dass immer noch mal was kommen kann. Und ich habe es heute früh im Video schon angesprochen. Die Bitcoin-Dominance sinkt gerade. Was natürlich auch für Ripple und alle anderen Altcoins perfekt ist. Und sollte Bitcoin aber eine 10% Korrektur hinlegen, ganz ehrlich, dann sehe ich XRP auch nochmal deutlich korrigieren. Und dafür ziehen wir uns jetzt einmal mal ganz normal FIP-Level vom Low zum derzeitigen High zumindest. XRP wird gerade überall gelistet. Coinbase, Jiminy, irgendeine andere Börse war es auch noch, Huobi oder sowas, wo es jetzt überall wieder gelistet wird. Alles, alles bullisch. Hat jetzt aber nicht mehr für den phänomenalen Pump gesorgt. Kann natürlich auch zu Abverkäufen sorgen. Man soll nicht immer nur das Mega-Bullische überall sehen. Aber allein durch das FIP würde ich jetzt einfach mal sagen, so zwischen 63 und 67 sind so Kurse, die ich mir sehr, sehr gut vorstellen könnte. Wir haben ein schönes impulsives Breakout aus unserem riesigen Symmetrical Triangle gesehen mit Bestätigung. Und jetzt dieser impulsive Move richtig, richtig stark. Wir haben alle Widerstände rausgenommen. Das Golden Pocket hindert uns jetzt daran. Und halt eben diese Range, wo wir halt einfach damals auch schon mal drüber gesprochen haben, das sind so die nächsten Widerstandszonen. Die passt sehr, sehr gut hier überein. Und das war der Grund, warum ich gesagt habe, bei 0,92 wird verkauft. Der nächste Batzen vielleicht war es auch ein bisschen tiefer. Bei 91,50, je nachdem wie gerade zu dem Moment der Preis war. Aber ich habe es dann schnellstmöglich versucht zu verkaufen. Ging alles. Und jetzt wird erstmal wieder ein bisschen runtergedreht. Wir sind jetzt momentan in einer ganz, ganz wichtigen Phase. Golden Pocket getroffen. Wir haben diesen ganzen Abverkaufsbereich, den wir hier 2022 hatten, jetzt komplett impulsiviert. Keine Ahnung. Einfach weggemacht. Und normalerweise, und das ist eben jetzt dieses ganz, ganz schwere, werden solche Candles früher oder später wieder aufgefischt. Also das heißt, ich würde sogar behaupten, wir sehen nochmal Kurse, bis ungefähr 56 US-Dollar sind auf jeden Fall im Bereich des Möglichen. Ich kriege jetzt bestimmt ganz, ganz viele Hater-Kommentare von ganz, ganz vielen XRP-Leuten. Nee, wir werden das nie wieder sehen und sowas. Du hast den Einstieg verpasst. Nein, wir haben den Einstieg nicht verpasst. Wir sind bei 0,35 durchschnittlich reingegangen, haben mega Profite gemacht. Nur es ist auch ganz, ganz wichtig, einfach mal Profite zu realisieren. Es bringt dir nichts, wenn du Profite hast und keinen Profite realisierst. Weil dann hast du sie nur im Konto und dann gehen wir wirklich wieder da runter und dann sagst du, Scheiße, hätte ich mal verkauft. Und natürlich kann es auch komplette Fehlentscheidung sein, wir ballern Richtung 2 Dollar, aber es ist egal, Profit ist Profit und darauf kommt es an. Und alles schön und gut, alles gut, dass XRP jetzt endlich gewonnen hat. Jetzt können sich alle wieder ein bisschen beruhigen, alles ist gut im Endeffekt. Nur es könnte alles noch ein bisschen Nachspiel haben. Das ist jetzt einfach nur so, vielleicht auch jetzt mal so ein kleiner Dämpfer für alle, die jetzt zu euphorisch sind. Ich wollte auch gestern kein Video mehr machen, weil im Endeffekt 99% der YouTuber oder sonst wer Videos gemacht und darauf hatte ich keinen Bock, gestern da jetzt noch ein Video zu machen. Deswegen heute vielleicht auch mal ein bisschen kritischer, auch ein bisschen auf Boden der Tatsachen vielleicht mal wieder ein bisschen runterbringen. Eine Korrektur ist drin und das wäre dann auch für mich nochmal ein neuer Einstiegspreis, wo ich sagen würde, okay, wir gehen vielleicht wieder auf Ursprungsposition hoch. So zwischen 0,64, dann hätten wir immer noch einen guten Einstiegspreis von, ich sage jetzt mal, ungefähr 50 US-Dollar-Cent und damit kann ich auch leben dann nochmal. Aber wir haben Profite genommen, haben wahrscheinlich 90% allen anderen was vor, dass wir Profite genommen haben und könnten dann möglicherweise das nächste Lack-Up starten. Es ist echt bullisch, was da passiert ist. Die SEC lag schön vorm Tisch, aber charttechnisch müssen wir hier jetzt aufpassen, dass wir nicht zu sehr in FOMO verfallen. Überall wird jetzt XRP wieder gelistet, alles schön und gut. Aber zum Beispiel diese kleine Textpassage, die ich vorgelesen habe und so. Es gibt immer mal Ereignisse, auch wenn Bitcoin jetzt 30% crasht. Meint ihr nicht, dass XRP nicht auch nochmal 30% crasht? Muss man alles im Hinterkopf behalten. Deswegen lieber Profite nehmen und dann möglicherweise wieder genau bei solchen Korrekturen jetzt wieder einsteigen. Also ich hätte jetzt, wo wir da oben bei 92 US-Dollar sind verkauft haben, wären wir hier unten eingestiegen, hätten wir schon wieder 23% mehr XRP kaufen können. Darum geht es ja, mehr XRP möglicherweise oder auch wieder einen neuen Einstieg kriegen. Das sind alles so Punkte, deswegen warte ich jetzt erst einmal ab. Analyse, wie gesagt, macht derzeit wenig Sinn bis auf das FIP-Level, was wir jetzt hier gezogen hatten. Es ist ein Korrektur-Level zwischen 70 und 63 US-Dollar-Cent, was ich auf jeden Fall für möglich halte. Maximal 58 Cent aufgrund dieser Range, die wir hier schön impulsiv jetzt durchbrochen haben. Für ein, ich sage jetzt mal 0,47 müsste schon sehr, sehr viel passieren, meiner Meinung nach. Aber um diesen Cluster hier, ich kann den nochmal ganz kurz einzeichnen mit dem Zeichentool. Dieses Cluster hier unten, dieses würde ich gerne nochmal füllen oder nochmal sehen. Und dann würde ich auch meine XRP-Bestände wieder aufstocken mit einem schönen Betrag, um dann gegebenenfalls wieder Impuls nach oben hin mitzunehmen. Ja, und da spricht jetzt gerade jemand anderes. Auf jeden Fall, das ist mir jetzt ganz, ganz wichtig oder war mir jetzt einfach mal ganz, ganz wichtig zu erklären hier. Ich will hier keinen Bärenimpuls oder sonst was sagen. Es geht mir einfach nur darum, dass ihr auch ein bisschen, ja, ein bisschen auf dem Boden der Tatsachen bleibt und hier nicht einfach jetzt ein Fumo verfallt. Profite sind wichtig, Profite habt ihr nur dann, wenn ihr sie realisiert. Natürlich kann XRP auf 2 Dollar, gönne ich jedem da draußen, auch nach dieser langen Zeit. Aber trotzdem immer noch ein bisschen zurückhalten und neue Einstiege suchen und dann warten wir weiter ab. Daily Close und sowas können wir auch mal ganz kurz eingehen, war extrem bullish. Wir haben, das wird jetzt vielleicht auch nicht vielen gefallen, diese Hochs hier oben wären eigentlich wichtiger. Also meiner Meinung nach wären diese Hochs hier daily technisch. Aber gut, das war jetzt erst der erste Tag, wo wir so ein Breakout hatten. Also jetzt auch hier nichts Bearishes. Wir brauchen, um dass es vielleicht wirklich sehr, sehr nachhaltig ist, ein Close über 87,80. Das wäre auf Daily Basis sehr, sehr gut. Daily Close da drüber und dann können wir auch über Kurse von mir aus 1,40 oder sogar von High hier oben 1,90 sprechen. Vorher brauchen wir da nicht drüber reden. Vorher ist eine Korrektur drinnen in diesem Zielbereich, den wir gerade genannt haben und dann mit der nächsten Welle nach oben hin reiten. Und damit würde ich sagen, reicht es wieder für das heutige Video. Ich hoffe trotzdem, es war nicht zu bearish, aber einfach mal ein bisschen drüber nachdenken. Ich bin jetzt hier vielleicht gerade der Kritischste auf ganz YouTube, aber ist mir jetzt gerade völlig egal. Ich wollte euch nicht nur noch sagen, ey, kauft noch mehr XRP. Wir sind morgen auf 1.000 Dollar. Safe werden wir da morgen hingehen und sowas. Das ist nicht meine Art, das wisst ihr. Und deswegen normales, humanes Video. Trotzdem würde ich mich über ein Like und ein Abo freuen, wenn euch das Video gefallen hat. Und wir hören uns dann nächste Woche zum nächsten XRP Update Video wieder. Morgen ein ganz normales Bitcoin Update Video. Und hört euch natürlich gerne den Podcast an, der auch die Folge ist heute seit oder wird um 12 Uhr online gehen. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer. Stay cool. Stay cool.